Ja Leute, was geht? Es geht weiter mit Let's Play! Horizon Forbidden West hier auf dem PC. Wir machen weiter! Und wir haben für heute eine neue Nebenquest, nachdem wir das Bollwerk einfach mal halb eingerissen haben. Ja, wenn ich glaube ich noch wieder gut hoch. Hallo? Entschuldigung, ich bin sorry, dass ich das hier weggesprengt habe. Das war natürlich keine Absicht, doch eigentlich schon. Oh Gott, wir haben drei Nebenmissionen. Ach du Scheiße. Hilfe. Na ja, ich kann mich einfach nur die hier. Bist du Kaplan in Guerra? Kotalo sagt, ich sollte dich fragen, ob du Hilfe brauchst. Dreist, Mauerbrecherin. Ja, ich weiß, dass Kotalo zuletzt ankam, mit nur wenigen Vertretern des Himmelsclans. Als die Soldaten zurückkehrten, stellte Tekote sie zu einem alten Wachtturm ab. Einen, den wir den Maschinen überlassen hatten. Er bestand aus Kriegsgründen darauf, ihn wieder einzunehmen. Doch diese Soldaten dienen da draußen niemandem. Wenn sie jedoch auf Anfrage von Hekaros Streiterin zurückkehrten, Tekote hätte dann keinen Rückhalt, das zu verweigern. Vor allem, wenn ihre Kaplanin ihre Rückkehr unterstützt. Ein paar Soldaten zurückzurufen, um Tekote eine zu verpassen? Klingt doch ganz leicht. Geh zu den kalten Kauppen, einem Flussgebiet im Westen. Der Wachtturm steht bei den Wasserfällen. Sprich dort mit Kiva, der Truppführerin. Viel Glück. Okay. Aktion und Reaktion. Gut. Also ich muss auch ehrlich sagen, an das nächste Gaia-Backup zu kommen, dauert doch länger, als ich dachte. Ich hätte jetzt gedacht, wir holen die einfach. Oder wir können die relativ easy uns holen. Also. Das ist halt ein Aufzug. Ein coolerer Aufzug. Ja, also. Deswegen, da bin ich mal... Hätte ich nicht gedacht, dass es so lange dauert, die einzuholen. Nett. Das sieht cool aus. Ja gut, dann könnte es aber dennoch sein, dass die Gaia-Backup jetzt der letzte Teil der Story sind. Wenn die jetzt die einzelnen mehrere Stunden brauchen, plus die Nebenmissionen, dann könnte es sehr wittig so sein. Mal gucken. Bin gespannt, wie es weitergeht. Das ist auch echt ein traumhaftes Game. Und dann, wo das wäre so, dass wir so laufen passen. Uh, wie denn ausfassen? Juhu. Scheiße. Moment, hier holen wir. Tag. Natürlich wollen wir. oder sogar nieder hier bin ich gut nein das sieht doch auch in ruhe einzig fliegen und fliegen so bitte ich muss den anführer finden und verhindern dass sie noch mehr schaden anrichten feuerklauen terrorisieren wohl auch den verbotenen das war alles ja okay ist er alleine Nein ja ich weiß nicht und hmm oh ich glaube der sauer ist nicht mehr abzukehlen sehr schön er hat ist die und Aua. Tschüssi! Okay, nice. Meinser. Aua, Aua. Nicht aufschließen. Danke. Das merke ich. Danke. Fuck, 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 fuck. Ja, es ist halt immer eklig, ne? Wenn die dann kommen, dann ist halt immer eklig. Saat das mit einer guten Idee aus. Oha. Leila, Ben. Ich muss den Anführer erledigen. Aber vielleicht war von hier, warte mal. Oh, ja, das ist so, dass ich nicht die Chance habe, dass ich nicht die Chance habe, dass ich nicht die Chance habe. Die Maha ist normal. Erkidiert mal diesen Besonder für den Schild. Ich bin mir den jetzt ja komplett weggegangen. Ich bin nicht geworfen. Ich bin nicht. Ein Schild ist schon geil. Ich glaube ja, das probieren wir eben. Ernsthaft? Ich treffe nicht? Ja, come on. Ich bin nicht geworfen. Ich bin nicht geworfen. Ja, das stimmt. Das stimmt nicht. Jaaa. Ich tesse den nicht. Es geht nicht auf. Schön. Das ist doch nicht dein Ernst. Ach, come on. Ich bin doch arg, genau. Ich bin doch arg. Ja. Ich weiß, dass das Ding nie kaputt geht. Sehr schön. Fuck. Ich könnte mal ein paar Heils schalten. Ja, f*** dich, Junge. Ach nee. Heils. Heils flanken. Das brauche ich. Ja. Ja. Hallo. Wie wirfst du? Gott sei Dank. Geht ihr überhaupt mal tot? Nein. Oh, da ist ein bisschen geiler. Nein. Heile Bär hat er genommen. Oh. Das ist ein weiter Roboter. Oh nee, nee, nee. Der reicht. Danke. Ich würde nicht wieder irgendwie platt kriegen. Ich brauche das. Ich brauche das. Ich brauche das. Neues Material. Ja, ja, ja. Ja, er jagt dich noch. Er jagt dich noch. Ja, jetzt jagt der mich. Hör doch mal auf. Nein. Nein, das ist noch nicht. Drei. Ich brauche das. Ich brauche das. Ja, wir sind aus. Ach, der ist ja, er. Ich geh auf. Und ich geh auf. Das ist... Ich muss bereit sein. sehr gut was denn es ist doch nicht dein er sich versteckt mich hier nur auf die fresse natürlich jetzt wieder zwar da hinten das scheiß ding ich wollte doch brennen wir rennen in der hölle das war ein kopf schuss alter der natürlich ja ja das ist sehr wichtig hallo wo denn von wo auch die richtung auf den kopf ich hab dir doch eben noch mal ein schädel geschossen ja natürlich ich hab dir doch eben noch mal ein schädel geschossen ja das ist gut jetzt ich hab dir doch eben noch mal ein schädel geschossen ja wie dumm wie dumm ist das bitte das ist jetzt nicht dein ernst ist alle kommen natürlich jetzt kommen alle weil ich mich direkt in deren versteck versteckt habe so klar muss irgendwie gucken dass ich die alle wegkrieg genau hier sehen wir ah gucki der ist gut dabei hm sie glaubt sie kann sich darin verstecken das hier ist der suchbereich ich komm hier schon raus ich komm hier schon raus such da alles ab ich weiß nicht was ich sagen soll ich halte dich auf hier ist es ja ich hab zwei weg sehr wichtig ja ja ich hab zwei weg sehr wichtig ja ich hab zwei weg haben wir aus und stell dich hm hm okay du bist denn kommen nächstes mal finde ich dich hm hm ich nehme sie erst mal an mich ich nehme ein anführer sollten die rebellen von hier verschwinden aber ich könnte mich auch jetzt um sie kümmern auf jeden fall bin ich hier fertig wie hoch der schnee wohl nachher liegt schlüssel darum gedanken was hier unter schnee liegen könnte ja jetzt kann das gebiet verlassen oder das ist Ja, der schießt ein bisschen besser. Oh, wow. Da ist er. Bei der Maschine hat er enthaft. Ich hoffe, er wird gut. Mal sehen, was ich damit machen kann. Ich habe hierhin. Nein! Oh mein Gott! Geil! Easy. Siehste, ja, manchmal ist einfach Rückzug die beste Taktik. Hat es aber nicht gelohnt. Sehr schön, hat sie hier. Oh, nice, nice, nice. Ja, ich wollte einen Ungegen bekommen. Habe immer alle weggemacht. Das wollte ich. Ich werde euch. Die Zoom noch mehr, ja. Von Wunder. Äh, was ist hier? Gehen ganz klumpen. Sehr schön, was ist hier? Oh, da haben wir schon einen Reißhau. Naja, gut. Ein bisschen, noch ein bisschen. Gold. Nichts Wertvolles, aber egal. Nice. Die Dinger sind halt immer sichtig hart, ne. Aber deswegen, wir brauchen unbedingt noch ein bisschen mehr Ding. Aber es ist auch, falls ich, ganz schön schwer gemacht. Das muss man auch dazu sagen. Also wirklich. Oh, jetzt sind wir wieder in dem Quest. Wir haben noch einen Nebenquest. Was? Äh, Aktion, Reaktion. Da hatte ich noch eine. Okay. Danke. Sehr schön. Aber ich würde sagen. Bevor wir die nächsten Nebenquest hier machen. Danke ich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Und dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Würde mich doch wie immer wieder sehr da freuen. Ich danke fürs Zuschauen. Euer Parasat. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüssi. Bis dann. Ciao. Dann gucken wir mal, was wir dann machen. Ich bin mal gespannt.